Ossim San ist ein Trainer, ein Visionär. Er hat immer im Kopf was da. Er ist mindestens zwei Jahre vor jedem Trainer, in welche Richtung geht Fußball. Das ist ein bekanntes Wort über Fußball, das ist bei mir immer geblieben. Im Fußball muss man laufen, 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 laufen. Das ist wichtig. Und dann hat er gesagt, aber wenn man nur laufen und nicht denkt, wo laufen? Ohne Ball, das ist auch nicht gut. Meister laufen, ungefährlich im Fußball ist nichts. Gefährlich zu laufen, wo ist gefährlicher Raum vom Gegner und so. Das heißt, Beine und Kopf muss zusammen reagieren, laufen und denken. Dieses Wort hat für mich Meister geblieben. Wenn du laufen und nichts denken, das ist nichts gut. Wenn du denken und nichts laufen, auch nicht gut. Und nur ist gut, wenn laufen und denken. Weil oft im Fußball gibt es einen Spieler, technisch sehr guten Spieler, aber oft läuferisch stark, zweikampfstark. Schwach. Und ein Top-Spieler ist technisch sehr stark, intelligent und noch läuferisch zweikampfstark. Das ist der beste Spieler in jetziger Zeit. Ein Spieler, der kann Offensiv und Offensiv-Defensiv umschalten. Von Defensiv zu Offensiv, von Offensiv zu Defensiv. Das ist eine schwierige, eine gute, starke Team zu machen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe für Trainer. Ein guter Team zu formieren, heißt nicht, dass da immer beste Spieler spielen. Ein guter Team, das gut funktioniert, ist wie ein Orchester, wie eine Harmonie. Es gibt verschiedene Instrumente, schöne Instrumente. Einige, das heißt gute, technische Spieler, gibt es auch diese Bumm, Bumm, Bumm. Einige Spieler muss läuferisch stark, einige Spieler zweikampfstark, einige täglich. Und wenn diese Mischung gut ist, dann ist es ein guter Team. Und bei diesem Orchester, auch wenn alle diese Instrumente gute, nichts Gutes zusammen, dann ist es schöne Musik. Das ist Fußball, eine positive Atmosphäre. Eine gute Stimmung, Freunde zu haben. Weil Spieler sind glücklich, zum Training zu kommen. Weil Spieler müssen glücklich werden. Keine Freunde für Fußball, das kannst du nicht machen. Das muss Trainer, Job muss diese Aufgabe. Dass der Kamerad da, dass da jene für jene kämpfen, dass die gute Atmosphäre, positive. Job ist Job, Job Spaß zu machen. Er weiß, das ist meine Philosophie. Das heißt nicht, das ist gut, aber ich denke es wohl. Ich dir auch, bitte. Ich freue mich an den Teil von den Körnchen in diesem Video. Ich freue mich an den Kanal und über die Kanal. Ich freue mich an den Kanal. Bye! Chao.